Schönen guten Abend, ich bin der Georg, ich wohne im Wienerwald, ich bin Kfz-Techniker, arbeite jetzt aber in der Immobilienbranche. Und Georg, was wollen Sie, was suchen Sie? Ich suche die richtige Partnerin fürs Leben. Warum brauchen Sie uns dazu? Ja, ich habe schon viel erlebt in der Hinsicht, habe schon viele Beziehungen hinter mir, die nicht das Richtige waren für mich. Und nach insgesamt sechs Beziehungen überlegt man sich dann neue Wege, die man gehen könnte. Und glauben Sie, dass Sie durch das Fernsehen andere Frauen kennenlernen? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil die bisherigen waren durch Bekanntschaften vom Internet und ich bin nicht überzeugt, ob da wirklich die richtigen Frauen sind für mich. Und Sie haben die Frauen nur übers Internet kennengelernt oder? Die meisten, ja. Was ist denn passiert mit diesen Damen aus dem Internet? Die vorletzte war eine Alkoholikerin, die ich zu einem Thailand-Urlaub eingeladen habe. Dort hat sie sich dermaßen besoffen, dass ich dort einiges erlebt habe. Ich will gar nicht im Detail drauf eingehen. Es war furchtbar. Und das war natürlich dann nicht tragbar für mich. Ich bin Anti-Alkoholiker, ich rauche auch nicht und kann dem nichts abgewinnen. Das ist dann sehr schnell dem Ende zugegangen. Die letzte Frau, mit der habe ich ein wunderschönes Jahr verbracht, dann ist sie allerdings immer kälter geworden. Die Warmherzigkeit war nicht mehr da wie am Anfang und ich brauche das. Ich bin sehr warmherzig, ich bin ein offener Mensch. Und das ist dann im Bach runtergegangen. Gab es einen Vorfall? Na ja, Diskussionen über das Zusammenziehen. Sie wollte nicht? Ja, sie wollte anfänglich. Es hat sich dann herausgestellt, dass es doch nicht so war. Ja, ich war ehrlich von Anfang an, dass ich hier bleibe, dass ich nicht wegziehen werde. Und sie hat damals gesagt, mit wehenden Fahnen zieht sie daher. Das war aber auf Sand gebaut, diese Beziehung, weil das nicht wahr war. Und was war Ihr Fehler? Mein Fehler war, dass ich zu gutmütig bin und zu viel mit mir habe machen lassen. Weil sonst hätte ich das schon früher teilweise erkannt, dass es nicht passt. Und ich bin der, der immer noch versucht und glaubt, dass es besser wird und dem ewige Chance gibt. Aber da war keine Chance mehr. Ja. Ja. Wie lange sind Sie denn schon allein? Jetzt sind es drei Monate. Und das suchen Sie schon? Ja. Das letzte Jahr in der letzten Beziehung war schon so schrecklich, da konnte ich schon abschliessen. Jetzt rutschen wir mit Zahn. Ja, Zahn rutschen. Zahn kuscheln. Hoch die Hände. Hoch die Hände. Hoch die Hände. Hier Park hat er geschüttelt und gerührt. Wie stellen Sie sich das Leben vor mit einer Frau? Gemeinsam reisen, gemeinsam Sport betreiben, gemeinsam fortgehen, was sehen. Sehen einfach spontan sein, keine Altlasten, möglichst. Ja. Das heißt, sie kann gerne kinderlos sein, obwohl ich Kinder sehr gerne habe. Ich habe nur leider die Erfahrung gemacht, weil auch meine Ex-Partnerinnen oft Kinder hatten, dass man da dann an seine Grenzen stoßt mit der Flexibilität und dass die Ex-Partner immer im Hintergrund sind. Und das ein großer Störfaktor war. Das heißt, Sie brauchen eine Junge. Jünger als ich, aber jung muss nicht sein. Also ich bin jetzt 39, sie kann, ja, sie soll nicht viel älter sein als ich, das ist nicht unbedingt. Aber da habe ich keine genauen Vorstellungen. Und die Ältere hat ja Altlasten meistens. Meistens, ja. Wenn sie keine Altlasten haben soll, müsste sie wesentlich jünger sein. Es gibt auch Ältere, die keine Altlasten haben, hoffe ich oder denke ich. Jedenfalls sollte sie die Bereitschaft haben, auch zusammenwohnen zu wollen, auf Sicht gesehen. Sie wollen unbedingt zusammenleben? Ja, auf Sicht gesehen schon, ja. Haben Sie bestimmte Bedingungen, wenn Sie hier einzieht, die Frau? Ja, also meine Katzen, mit denen muss sie umgehen können. Ich habe Katzen immer schon gehabt. Ich werde immer Katzen haben. Sie sind jetzt leider nicht da. Wie viele Katzen haben Sie? Zwei sind sie jetzt, ja. Sie darf gern auch Katzen haben oder Tiere. Ich bin sie ein großer Tierfreund. Krokodil vielleicht? Naja, im Wiener Wald der Krokodil, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, tierfreundlich muss es sein, ja. Nicht Raucherin, keine Alkoholikerin. Ja, eventuell, dass sie auch noch nicht den Richtigen gefunden hat, um eine eigene Familie vielleicht sogar zu gründen. Weil das war bei mir mit meinen bisherigen Frauen nicht möglich. Und ich bin auch froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und es kann durchaus eine Frau sein, die auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht hat, so wie ich. Und sich wünscht, einen Partner zu haben, der zu ihr steht, ja. In guten und in schlechten Zeiten. Weil zum Beispiel meine letzte Partnerin hat zu mir gesagt, ich liebe dich schon, aber nur wenn es uns gut geht, nicht wenn wir uns streiten. Und das ist natürlich ein No-Go für mich. Verlangen Sie sich nicht ein bisschen viel? Ja, ich verlange gar nichts, sondern ich kann das geben, ja. Also ich kann für eine Partnerin da sein in schlechten Zeiten.